Ja, vielleicht liegt auch in Ihrem Keller vieles herum, was für jemanden anderen etwas bewegen könnte. Aber es könnte noch mehr bewegen, nämlich mehr als dem Verkäufer der Käuferin Freude machen. Petra Navarra, Wirgeben ist eine neue Plattform, die was zum Ziel hat. Ja, mit Wirgeben bieten wir die Möglichkeit, Objekte nicht nur loszuwehren, sich zu befreien von Objekten, sie zu verkaufen oder aus dem Haus zu bringen, sondern auch noch eine gute Tat zu tätigen. Wir geben jedes Objekt an, das sich verkaufen lässt. Sie fotografieren das, stellen das auf der Plattform ein, es finden sich Käufer, aber der Erlös geht nicht in Ihre Tasche, sondern wandert auf ein Konto. Und aus diesem Konto werden dann Beiträge gezahlt, die Arbeitsplätze schaffen. Wir haben dazu renommierte Partnerorganisationen gefunden, wie die Diakonie oder Wienwork, eine Tochter der Volkshilfe oder auch Trendwerk, die gezielte Programme laufen haben zur Beschaffung von Arbeitsplätzen für Personen am Rande der Gesellschaft. Leute, die es schwer haben, sich am Arbeitsmarkt zu positionieren, zu integrieren. Das sind zum Beispiel langzeitarbeitslose Personen oder Personen mit Behinderungen oder Menschen mit chronischen Krankheiten oder Flüchtlingen. Und wenn Sie also zu viel im Keller stehen haben oder dieses Wohnzimmer schon vollgeräumt ist und die Garage überquillt, dann spenden Sie doch Ihre Objekte. Und wenn Sie also zu viel im Keller stehen haben, dann sind Sie doch sehr, 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 sehr.